Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute wird es ein kleines Schminkie von mir geben und zwar möchte ich mich gerne mit parfümdreams.de Produkten schminken, full face. Und zwar kosten alle unter 10 Euro. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, wie diese Produkte in meinem Gesicht performen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das sind alles Produkte, die ich in meinem Stash habe, quasi in meiner ganz normalen Sammlung. Das heißt, ich habe dafür nichts Neues gekauft. Ich bin einfach mal durch meine komplette Sammlung durchgegangen und habe geschaut, Mensch, was finde ich auf parfümdreams.de? Das ist ja eine Schwester von Douglas. Deswegen habe ich hier tatsächlich auch sogar Douglas Produkte drin, was ich richtig cool finde. Also von der Douglas Eigenmarke. Genau, und kann die dann entsprechend im Gesicht verwenden. Ich habe hier auch noch eine Verlosung in diesem Video. Und zwar eine meiner absoluten Highlighter-Lidschatten-Highlighter-Paletten, sage ich mal. Lieblingsviecher. Ich kann mich super ausdrücken, läuft bei mir. Und zwar ist es von I Heart Revolution die Rose Gold Glow Palette. Die ist so schön. Die ist halt in dieser Schokoladenverpackungsoptik richtig toll. Hat hier so ein rosé-goldenes Design und beinhaltet diese beiden Farben. Die sind richtig toll. Die sind schön pigmentiert. Ich liebe Revolution Highlighter. Aber alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung hiervon teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich jetzt starten werde, mich so langsam mit den Produkten zu schminken. Ich habe versucht, nicht die gleichen Produkte zu verwenden wie bei dem Douglas Full Face unter 10 Euro. Und habe es auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich glaube, hier ist kein Produkt doppelt. Na, vielleicht eins. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Wet n' Wild Prime Focus Primer Serum. Das ist hydratisierend. Das ist dieses hier. Und kommt in so einem Glasflakon, was ich sehr, sehr edel finde. Ich wollte es gerade schütteln. Eigentlich muss man es nicht. Aber ich tue es jetzt trotzdem mal. Da kann man den hier oben so zusammendrücken, sodass sich das Produkt hier oben reingezogen wird. Und dann hast du es in der Pipette drin. Dann nehme ich mir das entsprechend auf die Finger. Also es ist wirklich super flüssig wie Wasser. Und es riecht angenehm und trage es auf mein Gesicht auf. Und es fühlt sich an, als würde ich mir einfach Wasser aufs Gesicht auftragen. ParfümDreams habe ich dadurch kennengelernt, dass ich damals einen Adventskalender mir dort bestellt habe. Übrigens im Primer sind auch Schimmerpartikel mit drin. Wet n' Wild Primer super eingezogen. Ich habe auch einen schönen Glow auf der Haut, was ich echt hübsch finde. Das gefällt mir. Und ja, Feuchtigkeit spendend auf jeden Fall. Ja, meine Haut fühlt sich aber noch ein bisschen durstig an, um ehrlich zu sein. Auch wenn ich eben eine Feuchtigkeitspflege aufgegeben habe. Jetzt verwende ich von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation. Die soll mattieren, was nicht unbedingt mein Fall ist. Sich aber wie eine zweite Haut anfühlen. Und ich habe die in der Farbe 020 Rose Beige. Auch die wieder in einem schönen Glasflakon. Dann haben wir hier auch wirklich eine sehr, sehr flüssige Konsistenz. Die wollte ich mir eigentlich auf den Beautyblender direkt aufgeben und nicht auf meine Finger. Egal. Dann trage ich mir jetzt die Foundation zunächst mit meinen Fingern auf. Und arbeite sie dann mit meinem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen einfach in die Haut ein. Auch die Produkte von Real Techniques findest du bei Parfüm Dreams. Ich finde es wirklich super interessant, was für eine Bandbreite doch unsere ganzen Online-Shops zu bieten haben. In denen wir eigentlich ständig bestellen, aber irgendwie, ja, dann immer wieder vergessen, was da sonst noch so ist. Ich finde es ganz cool. Irgendwie habe ich Bock auf ein bisschen mehr Deckkraft. Deswegen gebe ich mir wieder was hier auf mein Schwämmchen auf. Und verteile das einfach mal in meinem Gesicht und den Hals runter, weil es doch etwas dunkler ist, als ich dachte. Die Deckkraft der Foundation ist tatsächlich mittel, schon, also für meine Verhältnisse relativ stark sogar. Weil ich ja eigentlich sehr leichte Foundations verwende. Die kommt sehr leicht aus ihrem Fläschchen hier raus und deckt dann aber schon ordentlich ab. Also da ist ordentlich Pigment dahinter. Es kommt noch der Shine vom, oder der Glow vom Primer durch, was ich schön finde. Die Foundation an sich mattiert aber wirklich ab. Das merke ich auch. Das kommt mit meiner trockenen Haut jetzt nicht so ganz so gut. Ja, man sieht richtig, dass ich Foundation im Gesicht habe. Aber gut, ich habe mir eine mattierende Foundation hier ausgesucht, dann wird die auch verwendet nicht so, ne? Judi, ähm, als Concealer habe ich hier von Essence den Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Das ist dieser hier. Den habe ich in der Farbe 10 Light Ivory. Ich glaube, der könnte jetzt ein bisschen hell sein. Kommt hier mit so einem, jo, Füßchen, was in der Mitte so ein Löchlein hat und irgendwie so geschwungen, wie so ein Blatt nach oben geht. Ja, bisschen hell. Neh, nehme ich hier die andere Seite von dem Schwämmchen und arbeite mit dem Concealer ein. Damit sich Concealer und Foundation vertragen, muss man den Concealer richtig fest einpressen, was an der unteren Augenpartie nicht unbedingt die beste Idee ist. Ansonsten, ja, kommt es hier gerade nämlich zu kleinem Konkurrenzverhalten. Und zwar möchte der Concealer gerne die Foundation abtragen. Das ist uncool. Und das, obwohl die von Schwesterfirmen kommen. Das Konkurrenzverhalten der beiden Produkte kann man, glaube ich, hier gerade ganz gut sehen. Holla die Waldfee, was ist da denn los? Uh, ja, nicht gut. Also ich habe im Schwämmchen auch nur ganz normal Wasser drin. Also jetzt nichts Besonderes oder so, aber die beiden Produkte sind keine Freunde. Deswegen belasse ich es auch dabei, dass ich das nur an der unteren Augenpartie mache. Weil da geht die Party ja schon genug ab. Das brauche ich nicht auf dem ganzen Gesicht haben, ne? Dann bin ich sehr gespannt, was die dritte der drei Schwestern dazu sagen hat. Das ist von Love, das Perfectitude Shine Control Loose Powder. Das kommt nämlich auf das komplette Gesicht. Denn Love, Catrice und Essence sind ja die drei Schwestern von Cosnova. Also bei Cosnova. Cosnova ist die Gruppe, ne? So, vertragt euch. Bisschen was auf dem Pinsel aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur einen baden Make-up-Day habe oder ob die drei Produkte einfach nicht zusammen funktionieren. Hier habe ich den Concealer umgesettet, hier habe ich ihn gesettet. Und ich finde, dass man hier auch vom Puder so Punkte sieht. Und das sieht definitiv nicht nach einem Healthy Glow aus, nach irgendwas Hübschen oder nach Strahlkraft der Augen. Uh, wird interessant heute. Okay, ich sehe aus, als hätte ich Ewigkeiten kein Wasser mehr getrunken. Also sehr, sehr stark alles abmatiert. Aber hey, das hier ist ja auch ein Shine Control Loose Powder. Was habe ich erwartet? Ist okay. Also das Hautgefühl ist sehr trocken. Ich freue mich aufs Fixing Spray, wenn ich es nachher drauf mache. Vielleicht mache ich das gleich auch schon direkt drauf, weil meine Haut gerade echt nach Feuchtigkeit schreit. Und überall habe ich Trockenheitsfältchen. Also meine Haut sieht definitiv nicht aus wie von einer 30, 31-Jährigen. Es ist schon krass. Deswegen mache ich jetzt mal kurz ein bisschen Fixing Spray drauf, einfach um eine Erfrischung zwischendurch zu haben. Da habe ich von Essence High Beauty Mattifying... Mattifying? Habe ich gut ausgesucht, oder? Makeup Fixing Mist. Ach Mist. Mist, Leute. Ja, Mist. Ja, das nennt man auch ein Fail, ne? Aber ich mache es trotzdem drauf. Ich will irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit im Gesicht. Da kommt Feuchtigkeit raus. Ja, ja. Hauptsache ein bisschen gemacht, ne? Ach, komm. Wie unüberlegt von mir. Ja gut, ne? Das macht jetzt nicht einen ganz mattierenden Effekt. Es gibt aber schon Feuchtigkeit. Also meine Haut fühlt sich jetzt deutlich gesünder und besser an. Ich mache mir jetzt die Augenbrauen tatsächlich, bevor ich jetzt Puder und so weiter drauf mache, glaube ich, oder? Na, komm. Wir trauen uns mal jetzt den Bronzer aufzutragen. Okay. Dann machen wir das jetzt halt erst. Und zwar habe ich hier von Miss Lynn... Ja, auch das kann man bei Parfüm Dreams kaufen. Finde ich richtig geil. Barbados Bay Beach Please Bronzing and Contouring Powder. Das ist dieser hier. Das sind immer so niedliche Bücher, finde ich. Und, äh, jo. Das Produkt schaut so aus. Hat sogar einen kleinen Minispiegel mit drin, ne? Schon cool. Und dann nehme ich mir jetzt so einen großen fluffigen Pinsel. Nicht gegen groß. Und trage das auf mein Gesicht auf, um einfach mal mein Gesicht etwas aufzuwärmen. Und da muss ich sagen, das ist ein Bronzer, der mir auch gut gefällt. Der mir von der Farbe her gefällt. Und, ähm, ne? Von der Pigmentierung her gefällt. Kannst du schön aufbauen. Kannst du aber auch schon im ersten Schritt, sag ich mal. Theoretisch kann man das so lassen. Eigentlich. Aber, nein. Nicht bei mir. Ja, denn ich mag Bronzer richtig, richtig gerne. Weil das einfach ein Produkt ist, was meinem Gesicht Leben verleiht. Was es dann vorher einfach nicht hatte. Weil ich bin ja einfach sehr weiß. Und, ähm, das verleiht mir dann auf eine sehr freundliche und recht natürliche Art und Weise. Ein bisschen Bräune. Das ist voll gut. So würde ich es jetzt tatsächlich gerne lassen. Ähm, jo. Ich mag den Bronzer von der Farbe richtig gerne. Der passt bei mir auch gut, finde ich. Der ist nicht zu rot. Der ist nicht zu aschig. Also, ich finde, das ist so ein komplett perfektes Mittelmaß. Also, halt ähnlich wie viele andere Bronzer, die ich auch habe, ist der, also, ja, tatsächlich sehr, sehr ähnlich in der Farbgebung. Aber halt ein günstiges Produkt, was man halt auch auf Parfüm Dreams bestellen kann, wenn man möchte. Als Blush habe ich ein Sante Multi-Effekt Beauty Blush. Und das ist dieser hier in der Farbe 02 Cranberry. Den hatte ich mal, ich glaube, in einer Box mit drin. Sowas hätte ich mir nämlich nie selber gekauft. Das ist ein Schimmerblush, der aber relativ grobe Glitzerpartikel mit drin hat. Und, ähm, ja. Also, ich persönlich würde mir nie solche Durcheinander-Blushes so kaufen. Würde ich nicht. Aber, als ich den dann verwendet habe, war ich sehr positiv überrascht. Jetzt nehme ich den Pinsel, den ich zu allererst im Setten meines Pudergedönses verwendet habe. Gehe in alle Farben rein. Habe echt viel auf dem Pinsel. Das klopfe ich ab und gebe mir den vorsichtig auf. Vorsichtig tatsächlich, weil der schon recht stark pigmentiert ist. Da muss man wirklich aufpassen. Aber der hat so einen schönen, ja, ich weiß nicht, leicht Rosenholzton, wenn man die halt so in Kombi verwendet. Und das sieht einfach sehr, sehr angenehm aus. Es ist jetzt eigentlich eher so ein Herbstblush, hätte ich gesagt, von der Farbe her. Weil der, ähm, jetzt nicht so eine helle Frische gibt oder so. Aber ich finde ihn ganz schön. Ja, so sieht man dann ein bisschen errötet aus. Ein leichter Shine ist mit dabei, was ich auch hübsch finde. Und, ähm, ne, gerade wenn man so halt dann lächelt und die Wangen so glänzen. Ich mag das richtig gerne. Als Highlighter verwende ich ebenfalls von Miss Lynn ein Produkt und zwar Sweetie Cupcake, ein Trio-Highlighter. Hier kann man halt wirklich wählen, ähm, das ist die Farbe Holy Sprinkles, in welche der Farben man gehen möchte. Oder man vermischt sie alle zusammen. Bei dem kann man wirklich alle zusammen vermischen. Das ist überhaupt kein Problem. Nehme ich mir einen fluffigen Highlighter-Pinsel, streiche da einmal komplett durch. Will ich auch klopfen. Ah, nein. Ich mache mir hier auf die Wange. Also auf den höchsten Punkt. Hat auch einen Spiegel mit drin. Und ist eher ein warmer Highlighter. Aber der macht einen schönen Glow. Hat aber recht grobe Glitzerpartikel mit drin. Wenn man das nicht mag, ist es nicht unbedingt was für ein... Ich finde den so jetzt recht schön und harmonisch und passend zu dem, was ich sonst so drauf habe. Weil ich finde, dass auch meine Foundation recht warm ist. Und, ähm, der Blush ist relativ warm. Da kann man auch so einen warmen Highlighter tatsächlich verwenden. Auf der anderen Seite dann auch nochmal drauf. Da ist er halt, ne, wenn man nicht abklopft, dann ist er halt auch einfach mal ein bisschen intensiver. Das hat man ja selber so gewählt, wenn man nicht abklopft. Und so glowt man vor sich hin. Ich finde den echt schön. Und deswegen bleibt er auch nicht nur von der Optik her, weil du da einfach ein Cupcake drin hast. Nein. Sondern weil er auch einfach recht gut ist. Doch. Ist jetzt kein Lasser Glow, wie gesagt. Ist das eher ein Glitzer Glow. Aber ich mag ihn trotzdem. Ja. Er ist in meinem Herz. Ja, bei den Augenbrauen, da habe ich jetzt ein bisschen... Hm. Weiß nicht. Da habe ich von Essence den Eyebrow Designer in der Farbe 01 Blond. Ich finde den ein bisschen nicht so geil. Also es ist jetzt nicht... 04 Blond übrigens. Sorry. Äh, nicht mein absoluter Favorit. Aber man kann ihn verwenden. Der hat halt einfach einen Stift zum Anspitzen. Und, äh, ja. Den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Ich finde den auch ziemlich hart. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann damit zu arbeiten. Ähm. Weil die Farbabgabe dann schwierig zu dosieren ist. Ne? Wenn du zu doll drückst, dann hast du zu viel Farbe. Wenn du das nur ganz vorsichtig machst, dann hast du zu wenig. Du musst immer aufbauen, aufbauen. Muss man auch die Nerven zu haben. Ist jetzt nicht das beste Ergebnis auf Erden. Aber ich finde es okay. Ähm. Und relativ natürlich mit diesem Stift, weil ich das halt sehr vorsichtig mache. Wenn ich doll aufdrücken würde, dann wäre das viel zu dunkel für mich. Ähm. Ich verwende hier überhaupt nicht hinten dieses, äh, ja, Bürstchen. Kann ich nicht mit... Um. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe hier einfach von Essence so einen Duo Augenbrauenstift, wo du hier theoretisch dir auch einen Eyeliner oder auch einen Augenbrauenpuder mit auftragen könntest. Und hier so ein Spoolie, ne. Das funktioniert einfach bei mir viel, viel besser. Um meine Augenbrauen in Form zu halten, habe ich hier ein Produkt. Das habe ich aber auch bei dem Douglas unter 10 Euro Produkte gezeigt. Das hat wieder auch so ein Bürstchen mit da drin. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar ist es von Lavera, das Eyebrow Styling Gel in Transparent. Das gebe ich mir nämlich einfach on top. Ich kann nicht so wirklich mit diesen gefärbten Produkten umgehen, wenn ich ehrlich sein darf. Das bereitet mir einfach keine Freude, weil ich versuche meine Augenbrauen zu züchten, benutze da extra mein Rezinusöl für und zupfe die dementsprechend dann auch nicht so streng zurück. Sodass ich dann auch hier so ganz, ganz feine Härchen außen drum zu habe. Und wenn ich da mit einem gefärbten Augenbrauengel mit dran gehe, puh, ja, das ist dann immer eine Party. Okay, also das hat hier so ein relativ großes Bürstchen. Und dann gehe ich da einfach mal so durch meine Augenbrauen durch, bringe die in Form. Das hatte ich tatsächlich auch schon beim Douglas Full Face gesagt, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Dass ich das schön finde und jetzt auch häufiger verwenden möchte. Und das tue ich ja auch. Das ist kein Produkt, was hier die Augenbrauen festtackern wird. Das heißt, es hält die Augenbrauen jetzt nicht für immer an Ort und Stelle, also für den Rest des Tages, sondern es ist halt wirklich wie ein Gel, wie ein flexibles Gel, was auch immer mal wieder nachjustiert werden darf. Wir stehen kurz davor, den Lidschattenlook zu schminken. Da nehme ich jetzt erstmal eine Eye Foundation, also einen Lidschattenprimer. Das ist von Catrice die Eye Foundation in Waterproof und Matt. Das ist dieses Produkt hier, kommt in so einer kleinen Tube, hat hier so ein kleines Füßchen. Und dann gebe ich mir auf beide Augen einfach ein bisschen was drauf und arbeite es dann ganz einfach mit den Fingern ein. Macht jetzt nicht so ultra viel auf dem Auge, finde ich. Also da gibt es durchaus Lidschattenprimer, auch zum Beispiel von Essence, der You Better Work. Den finde ich deutlich besser. Das hier ist jetzt einfach nur eine haltbare Base. Als Lidschattenpalette möchte ich gerne diese hier von Essence verwenden, das ist die Aerial Eyeshadow Palette. Ich weiß, dass man die aktuell nicht mehr auf Parfüm Dreams kaufen kann, aber es ist quasi so ein Platzhalter für alle Limited Editions, die man von Essence dort kaufen kann. Denn auf Parfüm Dreams kannst du auch die ganzen Essence LEs kaufen. Die gibt es da noch unheimlich lange. Und deswegen wollte ich die einfach mal jetzt in diesem Video verwenden. Und ich weiß, dass viele von euch die auch zu Hause haben und sich immer mal wieder Looks damit wünschen. Aber die YouTuber das so wenig zeigen, weil es halt eine limitierte Geschichte war und man die nicht mehr ankaufen kann. Vielleicht finde ich die online, dann setze ich dir einen Link in die Infobox, muss ich mal gucken. Genau, und das ist halt so eine richtig geile, bunte Palette. Deswegen habe ich mich heute auch grün angezogen. Das ist übrigens ein Asbach-Uhr-Altes Oberteil von H&M. Ich glaube 2012 habe ich das gekauft. Also acht Jahre ist das schon alt. Ich liebe es. Das ist halt wirklich Asbach-Uhr-Alt. So, hier haben wir aber keinen Ton zum Setten drin. Null. Gar nicht. Nein, deswegen sette ich meine Augen jetzt einfach mit dem Puder. Ich mache das einfach hier so recht grobmotorisch drauf. Aber vorher gut abklopfen, weil ansonsten hast du Fallout vom Puder und das ist uncool. Starten möchte ich tatsächlich mit diesem dunklen Grün gut abklopfen. Das setze ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid. Ich lasse aber hier noch ein bisschen frei und innen ebenfalls. Dieses wunderschöne Azur-Blau setze ich mir nach außen. Das ist deutlich softer pigmentiert als das Grün. Das sieht schon mal recht spannend aus, oder? Es wird, es wird, es wird noch. Ich habe eine Idee im Kopf. Ich habe das noch nie geschminkt, aber wir versuchen das mal zusammen. Aber diesen gelben Ton, Achtung, ganz viel Kickback in der Palette, uh, unheimlich viel Kickback, gebe ich mir ins innere Drittel. Die Farben werden jetzt gut miteinander harmonieren, weil Grün besteht laut Farbpalette aus Gelb und Blau. Das heißt, das ist eine Bank, ne? Das ist safe, was ich hier auf den Augen habe. Da mache ich jetzt nicht aus Versehen irgendeine Farbe, die ich gar nicht haben wollte. Ist schon schlau, ne? Das Gelb ist okay pigmentiert, muss ich wirklich sagen. Ist aber jetzt nicht so ultra kapuffkabel. Ne, das ist jetzt einfach nur so ein simples Gelb, was dann einfach da ist. Ziehe die Farben dann auch immer noch so ein bisschen, sowohl das Blau habe ich dann noch oben auch in der Lidfalte mit reingezogen, als auch jetzt das Gelb, damit sich das alles auch schön miteinander verbindet. Ja, soll ja harmonisch irgendwann mal werden auf meinen Augen. Schreibt mir übrigens gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie noch eine Idee habt, welchen Online-Shop ich sonst noch so testen soll und schauen soll, ob ich da ein Fullface unter 10 Euro rausbekomme, sage ich mal. Ja, würde mich total interessieren oder welchen Shop ich allgemein mal testen soll. Kommentare sind frei und offen für sowas. Blendepinsel ohne irgendein Produkt und Blenden. Ne, das geht nicht, ne? Das ist jetzt die verblendete Seite, das ist die unverblendete Seite. Ich finde, dass dann einfach viel zu viel von dem Schlupflid verschluckt wird, was ich so habe. Das ist schade. Das ist richtig, richtig schade. Ja gut, dann machen wir das mit einer Farbe und zwar nämlich das Gelb. Zack. Haut mich jetzt nicht von den Socken, aber es geht. Denn sobald man mit dem Blendepinsel über die Farben geht, schwinden sie recht schnell. Sagen, ciao. Sprich für eine hohe und gute Verblendbarkeit, aber ja, nicht unbedingt für eine gute Haltbarkeit. Dieses mega schöne Türkis nehme ich mit dem Finger auf und setze es über das Grün als Topper. Sieht es natürlich auch ein bisschen höher aufgrund von Schlupflid und so. Das macht einen zarten Schimmer, aber nicht unbedingt das, was ich jetzt von dem erwartet hätte. Ich baue es auf. Das mag ich. Ja, safe mag ich das. Diesen Silberton setze ich mir in den Innenwinkel und ziehe das auch über das Gelb drüber. Sehr, sehr foliert, deswegen schwierig. Ich versuche das mit dem kleinen Finger mal. Schwierig, den aufs Auge zu bekommen. Tatsächlich. Das geht nicht so leicht. Und das ist halt eher grober Glitzer und weniger halt, ja, aber das sieht ein bisschen aus wie das Meeresglitzern. Das ist okay. Ich kann es jetzt nicht unbedingt als Augenbrauen-Highlight verwenden, wollte ich damit sagen. Aber gut, passt schon. Ja. Da ist jetzt ein bisschen Glitzer von runter geflogen und setzt sich recht hartnäckig dann auf der Foundation fest. Aber es geht, ja. Aus der Highlighter-Geschichte nehme ich mir jetzt hier dieses Gelb mal, weil ich in der anderen Palette einfach viel zu viele Schimmertöne drin habe und setze mir den als Augenbrauen-Highlight. Weil das ist etwas, was mir halt auch einfach in der Palette fehlt, ne? So ein Ton, um zu highlighten, um, keine Ahnung, den Look zu kompletieren. Da hast du viele Töne, die topper sind, drin, was schön ist, ne? Das ist ein schöner Topper. Aber du hast halt nicht diesen feinen Glow, diese Schimmer-Geschichte oder Schein-Geschichte. Das ist mir dann einfach zu hart. Für die Augenbraue wäre mir das zu glitzerig. Das möchte ich nicht. Für den Innenwinkel geht es mal, ne? Das ist mal irgendwie was anderes. Aber für die Augenbraue, nee, das muss dann schon eher so ein... So was sein. Genau. So, unterer Wimpernkranz, da würde ich jetzt einfach das Lila hier nehmen. Das matte Lila, ne? Da nehme ich auch nicht allzu viel von, weil die Hauptparty von dem Look spielt sich auf dem Lid ab und nicht unter dem Lid. Deswegen brauche ich da auch nicht so viel von. Außen möchte ich das tatsächlich matt lassen, unter dem Auge ebenfalls matt lassen. Das heißt, das ist der Look mit der Palette. Ja, also für so Meereslooks oder so finde ich den echt schön. Ich finde, dass Essence da wirklich eine gute Geschichte rausgebracht hat, weil es einfach auch was Buntes ist und ich mag bunt. Fixieren wir das Ganze nochmal. Habe ich ja eben schon gezeigt, in der High Beauty und so. Als Eyeliner werde ich von Essence den Eyeliner Pen in Waterproof verwenden. Der hat eine Filzstiftspitze. Mal mögen wir uns, mal mögen wir uns nicht. Mal gucken, wie es heute so wird. Manchmal ist es ein bisschen schwer, einen Eyeliner zu ziehen, weil die Schlupfläder bei mir unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Ja, kein Gesicht ist vollkommen symmetrisch. Ich würde sagen, heute respektieren wir uns, der Eyeliner und ich. Es ist okay geworden. Äh, ja. Der ist ein bisschen verrutscht. Wie schon gesagt, es gibt bei Parfüm Dreams auch die Produkte von Douglas. Und da habe ich hier die Kiss & Curl Volume Mascara. Die hatte ich tatsächlich im Adventskalender von Douglas mit drin. Und die möchte ich heute einmal ausprobieren mit euch zusammen. Die hat ein wirklich aufregendes Bürstchen. Ziemlich spannend, ne? Dass das so verdreht ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, eher nicht. Also, sie hat jetzt in der dritten Schicht noch die Länge gegeben, die ich quasi von ihr erwartet hätte. Aber sie ist langweilig. Das Bürstchen ist vielversprechend, aber wenn man sie dann aufträgt, denkt man sich ja, und jetzt? Ich hätte gerne mehr. Ne, langweilig. Echt langweilig. Versuchen wir den Look jetzt noch ein bisschen spannender zu machen, indem wir Lippenprodukte verwenden. Da habe ich zuallererst einen Lip Liner von Catrice, der Long Lasting Lip Pencil. Und das ist die Farbe 130 Prince Cherry. Der hat hier einfach so einen Holzstift, den man anspitzen kann. Ich fülle damit auch mal meine komplette Lippe aus. Denn dieser Lip Liner ist halt wirklich long lasting. Das heißt, wenn ich da jetzt auch ein Lippenprodukt drüber gebe, wird trotzdem der Lip Liner immer noch vorhanden sein. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Und ich finde, wenn man so diesen Look jetzt komplett sieht, ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe ja noch Lippenstift. Das ist jetzt schon schön. Das gefällt mir schon. Weil die Lippen passen jetzt zum Augenlook. Auch wenn ich jetzt tatsächlich beides betont habe. Sowohl Augen als auch Lippen. Weil das passt halt irgendwie. Das passt einfach gut zusammen. Es gehört zusammen. Weil sich dann dieses Grün jetzt auch noch im Oberteil wiederfindet. Und alles sieht irgendwie gerade voll harmonisch aus. Lip Liner finde ich gut. Der ist halt ein bisschen holzig und ein bisschen hart im Auftrag. Aber er lässt sich auftragen. Das ist schon eine ganz gute Geschichte. Kann ich auf jeden Fall empfehlen und würde ich mir halt auch auf jeden Fall nachkaufen. Und jetzt verwende ich einen Lippenstift, um das Ganze jetzt ein bisschen glossiger zu gestalten. Da habe ich hier von Manhattan den Crystal Berry, die Nummer 900 Moisture Renew Lipstick. Das ist dieser hier. Auch den bekommst du auf Parfum Dreams. ist halt so ein schöner Beere-Ton, der jetzt nicht unbedingt zu dem roten Lip Liner passt. Aber dadurch, dass der Lip Liner so farbintensiv ist und der hier eher so dezent, wird es funktionieren. Ich finde, das kompliziert den Look auf jeden Fall. Und dadurch fühlen sich jetzt meine Lippen auch schön mit Feuchtigkeit versorgt an und schön lebendig. Das Einzige, was sich wirklich tot anfühlt, ist meine Gesichtshaut. Denn ich glaube, diese ganze Geschichte mit diesem Puder und dem Concealer und der Foundation und so, das hat alles irgendwie nicht so, das wollte nicht. Also dieser Krieg der drei Schwestern ist gerade hier gerade voll explodiert. Das sieht von Weitem alles echt nice und harmonisch aus. Von nahm finde ich, dass es gar nicht geht. Aber na, was soll's? Eine Softbox mehr aufstellen, dann wirkt das Ganze noch wieder ein bisschen weicher. Nein, also ich würde es tatsächlich auch im Alltag nicht zusammentragen. Das heißt, wenn ich diesen Look nochmal so im Alltag trage, würde ich den Safe mit einer anderen Base verwenden, weil das gefällt mir einfach nicht. Ich finde, dass der Blush jetzt gerade echt untergeht, der Bronzer sich aber sehr, sehr schön noch mit eingefügt hat und auch alles in allem sehr, sehr harmonisch aussieht und gefällt mir. Also auf jeden Fall vielleicht auch eine Inspiration für euch, mal bei Parfüm Dreams vorbeizuschauen, wenn ihr möchtet. Ansonsten habt ihr jetzt einfach mal eine Inspiration für einen Look gesehen oder euch für ein paar Minuten ein bisschen chillen können und berieseln lassen können. Ich weiß es nicht. Aber mir gefällt der Look gerade volle Kanne und ich freue mich da jetzt noch ein bisschen heute den Tag mit zu verbringen. Ja, so ist das. Ich freue mich mit meinem Gesicht einen Tag zu verbringen. Läuft bei mir. Okay, ja, und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Mensch, Frosch im Hals. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.